So, hier mit dem Meister persönlich, Carsten Rath im Europapark. Carsten, ein mega Event gewesen. Guten Morgen, danke schön. Was hat dir gefallen? Alles, was du hier aufgestellt hast und wer hier alles da war, die Preise, die Hotels, die Organisation, es ist einfach irre gewesen. Tausend Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir hatten 109 Hoteliers, also Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, das hat mir Freude gemacht, denn wir haben die Expansion bekannt gegeben. Ab sofort sind wir nicht nur in Deutschland mit den 101 Best Hotels, sondern auch in Österreich, der Schweiz und Südtirol vertreten. Und du hast es möglich gemacht, dass die Gäste untereinander super kommunizieren konnten. Wir brauchten kein Papierkram mehr, wir mussten nicht wieder irgendwas ausdrucken oder ein Leitsystem entwickeln. Mit deiner App war einfach alles vorhanden und die Gäste sind begeistert. Also ich danke dir für die Sponsoring der App, das hat uns weit gebracht und die werden wir jetzt bei jeder Veranstaltung verwenden. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit und dass wir euch unterstützen sollten. Übrigens, die App gibt es dann auch bald in Europa, denn wir gehen mit der Wirtschaftswoche auch nach Europa. Wie gern ist es? Vielen Dank, ich bin da bitte durch den Wind, kann man sehen, oder? Ja, ich auch, ein bisschen war ein gutes Wochenende. Du hast nie besser aus. Also, liebe Grüße. Tschüss.